für die hardline, wir machen weiter okay, pass scheiße das ist total toll, das ist uns jetzt super gelohnt ich habe mich jetzt verfehlt super ich weiß natürlich jetzt, dass wir da sind oi 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 ich könnte ja mal machen, dass wir uns hier mal verstecken können das ist doch das nicht wirklich ist wahrscheinlich eher weniger ich stehe dahinter Okay, sie wissen jetzt nicht mehr, dass wir da sind. Sie hallen jetzt woanders. Das heißt, wir können jetzt mal hier gerade ein bisschen rausgehen aus der Nummer. Er geht jetzt zu uns, oder was? Wo gehst du lang? Du blickst jetzt zu uns. Schnappt euch den Bastard! Hier ist er! Schnappt ihn ab! Das ist der Name. Das ist der Name gezogen, oder was? Das ist erledigt. Klar, werden noch mehr als der Gegner sein. Aber jeder... Momentan sieht es gut aus. Wir kommen gut durch. Das ist ein bisschen. Das ist der Name. Alle, die nicht? Der guckt natürlich jetzt in unsere. Achso, das rollt weg. Okay. Das ist das nur noch der eine? Keine Bewegung! Okay, alles easy! Immer langsam! Erledigt. Ich dachte, es ist veranflichtig, es ist doch ein bisschen zu viel, aber zum Beispiel. Alles klar, wir haben erstmal ein bisschen Ruhe. So, gucken wir mal erstmal ein bisschen durch, damit wir nicht irgendwas übersehen. Ich habe aber auch schon irgendwas gesehen. Ich weiß nicht, wie ich... Wollen wir mal kurz hier alles ein bisschen kaputt. Aber da ist der gute Standard, aber das ist jetzt gerade für uns uninteressant. Jetzt zumindest noch. Warte mal, ich fülle mal kurz noch Munition auf. Ja, ich weiß, dass da immer ein Beweis ist. Das heißt, das machen wir auch gleich noch. So, Munition aufgefüllt. Beweis. Was brauchen wir denn denn? Hier. Ist das hier was? Ne, das ist nicht das. Da müssen wir... Da ist er. Ne, ist er nicht. Da ist er. Meins. Eine Hotshot-Kiste. Hotshot. Ging von hier direkt nach Miami. Okay. Gut, perfekt. Nächste Teil gefunden für die B. Das ist die Hotshot-Kiste. Alles klar. Ich versuche der 2. Jetzt müssen wir echt nochmal was finden. Ist schon geil. Müssen wir nochmal was suchen müssen. 2, 6 und 8. Auf der 2 müssen wir nochmal suchen. Dann hätten wir auch C weg. 2 und 3. Dokument. 2 Dokumente. Das haben wir ja noch ein bisschen Zeit, glaube ich. Auf der 4. Gut. Dann gehen wir zu Stollart. Wir haben den Beweis gefunden. Und dann holen wir uns jetzt mal unseren... Stelfe. Die Tür ist zu. Der wird uns natürlich schön weglaufen gleich, oder? Du hier? Witzig. Ja, sehr. Nimm die Waffe runter. Ich steck sie ins Hälfte. Nimm die scheiß Waffe runter, Nick. Lass uns darüber reden. Nick, ich folge den Pennern im Truck. Negativ. Greif sie nicht an. Nick, finde raus, wo sie hinwollt. Hast du Hölle, Börder? Nichts. Hier ist alles okay. Was? So kannst du mich nicht mehr festlegen. Scheiße. Los, mein Dose. Ob wir sind dort von dir. Kein der Blöcher von den Netz, den Laden ab. Wacht, ey? Warum bloß? Super. Hey, hier. Wir haben die. Lass uns. Kein der Blöcher. Hey. Nein. Weißbäcker. Okay. Alter. Der zittert sich. Der andere, den hat unser Freund gerade... Erledigt. Was ist denn da hin jetzt? Hier. Du. Ja, komm mal mit. Mir vor. Jetzt sind wir schon hin. Ne, ich bin da. Raus. Müsst ja eigentlich hier rausgehen, ne? Warte mal. Warte mal. Warte mal hin. Den Raum kenne ich doch. Wo ja, hier ist es. Hier ist es. Hier ist es. Ja. So, darf ich jetzt mal ganz kurz eben schnell nochmal scannen, damit ich hier Beweise noch habe? Wir haben nämlich noch zwei Beweise, die bei uns fehlen. So, wo ich die jetzt so mit vergesse. Ja, ja. Kümmer dich bitte erstmal um deine eigene Mist. Ich muss mal gerade kurz nämlich nochmal ein bisschen hier umgucken. Oben sind die, ne? Oder was? Keine Sorge. Ich komme gleich. Ich will mich nur mal... Oder was? Sind ja vier Beweise und zusammen. Das ist ja der Schuss Beweis. Ich weiß, dass ich da raus muss, aber... Ist das Ding unten oder oben? Perfekt, da ist noch einer. Brief von Nels Buchhalter. Nels suchte einen Ort, an dem er sein Geld waschen konnte. Gut, dann haben wir das auch. Dann haben wir D, den Brief. Und es fehlt noch ein Beweis. Es fehlt noch ein Beweis. Aber wo ist er? Der ist doch hier. Da, da ist er. Perfekt. Tamu Tamu Flyer. Gut, dann haben wir das auch. Und dann haben wir auf was D komplett, die Fallakte. Okay, perfekt. Was fehlt denn der letzte Teil? Bei D. Ist das zwei? Äh, nee, drei. Dort ist das Dokument. Alles klar. Drei, zwei, drei. Hier kriegst du sechs, erst acht. Okay, zwei, drei muss ich auf jeden Fall nochmal... Muss ich nochmal offscreen abendspielen. Ich will, dass sie mich auch komplett haben. So, jetzt können wir nämlich uns darum kümmern, dass wir hier rauskommen. Oh, oh. Oh, oh. Komm her, sofort! Kai! Ich glaube, die braucht Verstärkung. Ekal Mann, ich nimm dich fest. Mendoza, deine Partnerin steckt in der Klemme. Wir müssen ihr helfen. Schlussend. Lass mal wagen. Fett ab zur Mall. Es scheint wohl ein bisschen Ärger zu geben da. So, und da sehen wir uns in der nächsten Folge an. Und da sehen wir uns in der nächsten Folge an.